Hallo! Für uns geht's jetzt nach Heidelberg! Hier ist es noch nicht gewohnt, dass ich... Ach, guck mal, da hört noch jemand zu, wie ich filme. Wir fahren, wir warten auf den Herr Papa. Ja, der mal immer wieder viel zu lange braucht. Wir warten hier draußen schon, sind fertig. Abfahrt war um 10 Uhr. Mama, wie viel Uhr es ist? 5 nach 10. 10 nach 10. Das gibt's doch nicht! Seht ihr diese Spaghetti? Das ist nämlich der Treffpunkt mit einem lieben Mädchen, das mit mir nach Amerika fliegt am gleichen Tag. Dieser wohnt hier in Heidelberg. Und ja, wir wollen uns hier treffen. Ich bin gespannt! So, da ist sie! Ja, also eben gerade waren wir Mittagessen. Jetzt ist es halb vier und jetzt geht's wandern. Zum Schloss! Mit Turnschuhen. Das ist das Leben! Wenn die Fassade fällt! So, der Tag ist geschafft! Wir sind jetzt in noch eine andere Stadt gefahren und werden hier zu Abend essen. In einem Restaurant namens Tafelspitz hat Burger, aber auch noch anderes Zeug. Der Tag war richtig, richtig schön in Heidelberg. Hat sich total gelohnt. Es war unglaublich viel los, aber irgendwie waren alle Leute sehr entspannt. Die Geschäfte hatten halt so, niemand wollte hektisch in ein Geschäft. Genau, das war's zu heute. Danke fürs Zuschauen!